Hallo, ich bin der Thomas. Nicht wundern, dass am 24. September 16 Uhr von mir keine aktuelle News kam. Meine App hat leider Gottes etwas rumgesponnen und ich werde auf jeden Fall am Montag oder am Dienstag meine aktuelle Sendung raushauen. Tut mir leid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017